Ja, dann sind wir wieder beim zweiten Teil. Diesmal, wie gesagt, ein bisschen geschnittener. Jetzt haben wir ja den Grundstock gelegt. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wie man spielt oder mit wahrscheinlich tausend Fehlern für Veteranen. Ist aber nicht so schlimm. Wir wollen ja vor allen Dingen einfach mal die neue Fraktion uns anschauen und einfach mal ein bisschen was zocken auf 200 Prozent. Mal gucken, wie wir da vorankommen. Problem ist halt wirklich, dass wir unsere Städte... Oh stimmt, das ist übrigens gut. Hier ist schon ein Vorgebaut. Ich hätte das auf jeden Fall ernehmen müssen, ich Idiot. Ärgerlich, aber hier ist auch ein Vorgebaut. Und ja gut, da eh. Das heißt, wir sind da jetzt nicht so... weit weg. Na, wir können jetzt halt das hier holen und hoffentlich Grün auslöschen. Das wäre schon mal sehr hilfreich. Ich denke, dass Braun nicht so schnell zu uns kommt. Egal. Das ist ja unsere erste Mission. Wir gehen uns mal ein paar Schrittchen in die Richtung. Die können jetzt, glaube ich, hier nicht mehr an uns vorbei. Die werden sich einfach zurückziehen. Die Armee ist halt nicht groß. Also außer ich schätze sie komplett falsch ein. Wir werden dann rechts erstmal durch Grün durchwalzen und dann hoffentlich weitergehen. Den Bauern können wir momentan nichts. Upgraden ist nicht drin. Braun wird sie zurückziehen, das habe ich mir gedacht. Und jetzt kommt Braun natürlich... I weiß natürlich, dass wir jetzt da nicht mehr da sind. Ich hasse es ja immer, wenn man gegen Turme kämpft. Da kann man auch nichts gegen machen. Ich kann nicht sagen, dass da werden wir nichts ändern. Wir haben ja auch kein Zauberbuch. Von daher... Oh, sehe ich das richtig? Sehe ich das? Oh, what? Das war schon komplett grün. Okay, ja, sehr gut. Der Plan hat geklappt. Das ist tatsächlich sehr gut. Weil ich meine, wenn man hier noch einen Gegenstand bekommt, dann kriegen wir ein Artefakt zusammen. Das wäre natürlich super gut, weil wir halt Archery King dann wären. Das ist irgendwie so ein krasser Bogen. Ich erinnere mich nur grob daran. Das ist ziemlich gut. Da ist kein Vor. Ich dachte, hier werden vorgebaut. Verdammte... Wir können natürlich so ein Portal of Summoning holen. Ja, oder halt hier so ein, ja, New Skills, End Hero Plus. Also wir kriegen einmal tausend Erfahrungen dazu. Aber die Ressourcen müssen wir eigentlich für Force Air auch bewahren. Aber das ist natürlich ideal. Dann sind wir die schon mal los. Weil wir dann nicht von allen tausend Helden nochmal angegriffen werden können. Wir werden hier noch ein bisschen Knowledge nehmen. Weil wir viel zu wenig Magiepunkte haben. Ich meine, an sich entwickelt sich der Held ganz nett. Aber ich hätte natürlich schon ein paar andere Erwartungen. Um ehrlich zu sein. Ja, wie gesagt, bauen. Ja, wir können Mage Guild 2. Brauchen wir auch, um hier, glaube ich, abzugraden. Wobei das aber auch ein Schweine kostet. Schweinevieh kostet. Aber gut, irgendwann müssen wir es so oder so machen. Weil wir wollen die möglichst ja Stadtbrutal irgendwo herbekommen. Und das ist ja immer so eine Sache, ob das klappt oder nicht. Weiß nicht, ob der jetzt noch mehr... Ich bräuchte jetzt eigentlich nochmal einen Helden. Hier, wo ist er? Nehmen wir einfach nochmal einen Helden. Und schicken den mal hier in die Gegend. Einfach mal, um zu schauen. Achso, da kommen wir gar nicht rum. Okay. Gehen wir mal hier oben gucken. Ne, da ist aber nichts mehr, ne? Ne. Dann ist das... Hier oben müsste dann noch eine Stadt sein. Dann hat er die tatsächlich beide eingenommen. Was natürlich schon krass ist für die KI, finde ich. Sehr gerne. Gut, wenn wir jetzt die Blauen dann auch irgendwie umhauen könnten. Aber andererseits ist Blau... Ja, gut, aber wenn wir jetzt hier das einnehmen, werden wir halt definitiv vom Blauen die ganze Zeit genervt werden. Aber wir müssen natürlich aggressiv vorgehen. Ist ja klar. Können wir echt nicht rum? Das ist das nicht irgendwie komisch? Dass er das nicht konnte? Konnten wir... Ah gut, er konnte nicht hier rumgehen. Ist ja ärgerlich. Hätte nicht eigentlich mal gerne gesehen, was denn da so abgehen. Gibt es denn hier jetzt irgendwas? Sehen wir irgendeinen Typen. Das Problem ist halt, ich werde jetzt wieder massiv viele Hobbits verlieren. Also Halblinge verlieren. Das ist so ätzend. Aber da führt auch kein Weg dran vorbei, kann ich euch schon mal sagen. Was wir machen können, sind unsere Halblinge abgeben. Und dann werden unsere Ganslinge wahrscheinlich angegriffen. Weiß nicht, wie gut das wirkt, ey. Aber das wird natürlich trotzdem brutal. Ja, das ist okay. Ich meine... Wir können auch nichts dran machen. Also wir können auch nicht kämpfen und das besser machen. Wir haben kein Zauberbuch. Von daher ist es auch komplett egal, was wir da jetzt tun. Gut, wir halt einfach... Ja, okay, ihr habt eine Magergill. Das ist schon mal das Wichtigste. Ups. Das ist schon mal absolut das Wichtigste. Dann gehen wir jetzt hier schnell rein. Kaufen endlich mal, obwohl ich so ein Honk bin, mal erblenden. Blenden ist natürlich super cool. Kaufen uns mal schön hier die ganzen Fähigkeiten. Das ist sehr gut. Hier können wir auch schon tatsächlich feiern. Das wird dann wirklich grünes Hauptstadt gewesen sein. Hat er das geschafft, so schnell umgebracht zu werden? Ja, das ist ja massiv. Was wichtig ist, daran denken, diese Einheit mitzunehmen. Ist ganz entscheidend. Ansonsten Braun bewegt sich auf uns zu. Würde sich auch die Stadt hier einnehmen. Die ist ja auch momentan nichts viel wert. Außer ein bisschen Gold. Und alles andere kriegen wir halt einfach momentan nicht geschissen. Von daher ist uns das auch relativ Wurst. Quecksilber haben wir übrigens gar nicht. Was natürlich ein großes Problem ist. Und ja, das ist dann ziemlich ärgerlich. Können aber hier bald, wenn wir 20 Kristalle haben, dann das Serpentarium abspringen. Was natürlich nicht schlecht ist. Müssen uns auch bald wieder zurückbewegen, weil es halt braun kommt. Wir sind auch nur auf der zweiten Stufe. Wir bräuchten ja für Town Portal, glaube ich, die... Ne, wir sind auf der dritten Stufe. Wir bräuchten die vierte Magelgelde, ja. Die ist aber auch wieder schweineteuer. Und da wir keinen Quecksilber haben. Wo wir das zum Glück jetzt hier durchkriegen. Deswegen ist das schon recht wichtig, das zu behalten. Aber auf jeden Fall, dass wir das nicht haben, können wir es halt auch nicht upgraden. Ist natürlich problematisch. Wir können also nicht sehr viel Uhren. Generell, ja, upgraden. Ne, von daher. Ja, unsere Stadt wurde dann natürlich oben eingenommen. Das war klar. Braun wird es natürlich jetzt direkt wieder schön die Fähigkeit nutzen. Ich meine, die Stadt ist nicht so schlimm. Ja, das Estate ist schlimm. Dann hat er sich jetzt noch ein paar Vampire einsacken können. Braun hängt... Hä, wieso hängt denn hier braun rum? Ich dachte, es wäre blau gewesen. Sich veräppeln. Wie dumm ist das denn, ey? Wo genau hängst du da überhaupt rum? Bist du da irgendwie eingefangen? Was ist das? Wir müssen eigentlich mit unserem Hauptteil noch die Buffs da holen. Wichtig ist, dass wir jetzt bis zum siebten Tag, also eher bis zur neun Woche das hier behalten, weil dann können wir uns hier die Feuervögelchen holen. Die sind noch nicht upgradet. Das ist natürlich sehr schade. Aber das wäre schon zentral. Ja, natürlich, wie gesagt, Town Portal wäre halt super cool. Wir haben nämlich Earth Magic. Wir brauchen dafür Wind Magic, ne? Also eher Magic. Bei Earth Magic haben wir schon mal auf... Oder was? Ne, das war doch Earth Magic. Das heißt, das können wir dann schon mal nutzen, das Town Portal. Aber ja, müssen wir halt erst mal freischalten. Dann bringt uns ja sonst nichts. Da können wir jetzt auch erstmal nicht viel gegen machen, ne? Durch diesen... Gegen diesen Push. Hat sich auch erstmal direkt das Schatten-Ding da gebaut. Entweder bei seiner einen Stadt oder der Stadt. Dass wir die nicht mehr sehen können. Das ist ja dieses Spezialgebäude der Nekros. Ansonsten würden wir jetzt hier einmal durchgehen wollen. Aber da haben wir ein großes Problem. Genau das hier nämlich. Ich glaube, das können wir nämlich gar nicht bringen, wie ihr seht. Das ist das Problem. Ich bin nochmal neu geladen, um das zu zeigen. Diese Quartel sind halt extrem stark. Oder extrem schnell. Das Problem ist, wir kommen jetzt hier nicht drumherum. Oh, nein, nein! Oh, oh, ich Idiot! Jetzt aber nochmal. Die sind extrem stark, weil sie so extrem schnell sind. Ja, wir gehen einfach mal zu der Witch Art. Basic Fire Magic. Finde ich eigentlich ganz cool. Nehmen wir mit. Wüssten natürlich... Hä, wo kommen wir denn zu der Stadt hin? Das ist jetzt hier über dem Wasser. Muss ich eigentlich mal eher mit ihm hier erkunden. Dass wir das nicht zu sehr verschwenden. Okay. Speziell. Und der steht da einfach jetzt mit seiner Armee. Und ja... Steht da halt, ne? Ring of Life. Ja, das ist ganz gut. Kann man mitnehmen. Warum nicht? Wie kommen wir da hin? Müssen wir wahrscheinlich außen rum gehen. Und wir müssen halt zurück, ne? Das ist halt das Problem. Ich muss halt wirklich hier die komplette Runde gehen, um da wieder rüber zu kommen. Aber da werden wir nicht drüber rumkommen. Und hoffen, dass wir dann vielleicht mit dem hier oder den anderen Helden halt nochmal eine Armee sammeln können. Weil er kann natürlich jetzt auch nach unten zu unserer Hauptstadt kommen. Er weiß ja, dass wir hier sind. Ja, er ist ja nicht blöd. Das ist seine Armee, ist okay. Ja, die müssen wir jetzt erstmal umbringen. Ach, wie nervig, ne? Das ist ja so ätzend. Und die haben auch einen Friedhof hier. Wir hatten ja gut, wir hatten dieses Ding, ne? Von daher. Ja, und dann kommen wir hier, kommen wir dann runter, dann dahin. Ja, tatsächlich. Die haben auch hier ein Quecksilberlager. Das ist ja erst die dritte Stadt hier, ne? Das heißt, das ist ja die Stadt wie bei uns. Übrigens bin ich die noch näher als bei uns. Obwohl, ja, von selben Haus. Und hier ist ja nochmal komplett blau. Das heißt, das ist ja erst die dritte Stadt, die er auch schon ausgebaut hat bis zum Monster. Und hat ja hier oben nochmal drei Städte, ne? Also blau ist natürlich dann absolut stark. Kann uns richtig auf die Nerven gehen. Problem ist halt, braun auch, ne? Ach, schwierig. Ich meine, die haue ich jetzt erstmal um. Ist leider nichts dran zu machen. Da ist nichts dran zu machen. Wir werden hier nochmal einen Helden kaufen. Wir haben jetzt so viel Geld, aber wir können halt nicht so viel verwerten. Einfach mal ein bisschen Helden, mal gucken, ob wir hier noch so alles erkunden können. Habe ich jetzt mal überlegt. Also unser Helden oben wurde nicht geklatscht. Klar, weil die Armee daneben stand, ist irrelevant, relevanter ist. Wir müssen, glaube ich, hier einfach jetzt hoffen, dass wir einen Teleport bekommen. Denn das würde uns tatsächlich am meisten voranbringen. Da brauchen wir drei Quecksilber für. Was natürlich auch wieder nervig teuer ist. Aber kriegen wir mit dem hier hin. Warum müssen wir noch so viel bezahlen? Habe ich jetzt irgendwas verloren? War hier noch kein Markt gebaut? Doch. Hier ist auch ein Markt-Wort. Ich könnte hier übrigens Sulfo noch holen. Komisch. Ah, egal. Müssen wir erstmal mit Leben. Wir werden jetzt erstmal diese austauschen hier. Was wir brauchen sind acht Quecksilber. Und jetzt müssen wir alle Daumen drücken. Nope. War ja klar. Herrlich. Und das kostet natürlich wieder einfach nur lächerlich viel. Das jetzt wieder umzuarbeiten. Ich meine, wir können jetzt trotzdem jetzt hier die Fähigkeiten schon mal mitnehmen, die wir uns leisten können. Wir können nämlich nur bis Level drei, meine ich. Wir müssen noch ein Level kriegen. Map hat da leider nicht so viel zu bieten gehabt. Wir können aber jetzt schon mal, das ist schon mal wichtig, hier diese Feuervögelchen mitnehmen. Warum nicht? Die sind jetzt nicht super stark. Aber die können wir zumindest jetzt für unsere Armee, die wir hier bauen wollen oder die ich hier bauen wollte, um Blau ein bisschen unter Druck zu setzen, nutzen. Problem ist, wir müssen halt jetzt erstmal zurück, weil der hat da oben ja auch drei Städte plus nochmal jetzt eine von uns. Das heißt, wir sind natürlich da jetzt wieder ins Hintertreffen geraten. Was sehr ärgerlich ist. Das hatte jetzt komplette Ressource-Verschwendung. Ach, kass mich so weit an. Können schon mal hier alles rekrutieren und den entgegenbringen, unserem Kameraden da oben. Ja, Vampire ist auch die Frage. Brauche ich wirklich noch die Vampire? Bin mir nicht so sicher. Weil die werden jetzt auch natürlich immer weniger. Ein Gutes ist natürlich, wenn er uns jetzt die Stadt ausbaut und wir das irgendwie da hinkriegen, mit der Stadt was zu reißen. Dann ist das okay, ne? Aber ist schon teuer, weil wir jetzt auch einfach nur so ein bisschen Trash-Armeen zusammenbauen. Nichts großartig Überlegenes. Aber gut. Erst machen wir da keine große Wahl. Diese Map ist echt extrem offen. Jetzt müssen wir den sauren Apfel beißen, weil er uns immer näher kommt. Und hier wirklich die Automatons einfach zu kaufen und vielleicht sogar direkt zu verlieren. 12.000 Ressourcen. Wobei, müssten wir die sogar besiegen können da? Ja, bestimmt, ne? Was ist die Armee sonst? Ja, sonst sieht das okay aus. Schwierig. Erstmal uns hier hochbewegen. Das ist unser anderer Held. Der gibt jetzt erstmal die ganzen Einheiten rüber, die wir brauchen können. Der kann jetzt hier ein bisschen mitmischen einfach. Sich die Feuervögelchen gleich holen. Und müssen wir auch den Obelisk holen. Dann haben wir den Obelisken auch bald durch. Kann auch der andere jetzt machen. Wir gehen hier nochmal ein bisschen was flaggen. Und hier noch mit zwei... Wo kommen die her? Ihr seht, die wollen jetzt natürlich angreifen. Mehr ist jetzt nicht übermäßig stark. Sollten wir eigentlich was dagegen machen können. Hoffe ich. Aber wir haben natürlich jetzt keine speziellen Zauber oder Gimmicks irgendwas, was uns jetzt über Wasser hält. Oder uns halt einen extremen Vorteil gibt. Was natürlich einfach ein Problem ist. Wir können jetzt übrigens unser erstes vorbauen. Ich frage, ob ich das hier mache. Und ich meine, wir haben das Nest natürlich. Und wir haben das ja einfach. Wir bauen es jetzt einfach mal. Damit wir einfach mal irgendeinen Vorteil haben. Weil wenn wir schon die Ressourcen haben, sollten wir es nicht zu lang liegen lassen. Wenn wir nur das City-Upgrade nehmen für mehr Geld pro Runde. Weil wir sehen, wir sind jetzt von allen Seiten konstant. Das ist so typisch KI bei Heroes. Ist sehr gut. Kann man schon mal sagen. Aber konstant von allen Seiten nicht belastet. Ich meine, warum der jetzt in mich reingelaufen ist, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, er hatte so ein bisschen Angst. Also konnte wahrscheinlich den Kampf nicht gewinnen. Nach seiner Berechnung. Von daher passt das ja schon irgendwo. Was wir jetzt machen würden, ist Automatons, wenn wir es können, upgraden. Können wir aber nicht, weil uns fehlt verfluchtes Quecksilber. Aber würden wir jetzt auf jeden Fall sorgen, dass wir das schaffen. Und dass wir die dann auch in die Armee reinbringen erstmal. Und natürlich wollen wir jetzt unbedingt das Nest upgraden. Dafür brauchen wir noch Nymph-Wasserfall und Check. Dafür brauchen wir wiederum Holz. Ja, erkennt das Spiel. Ja, ansonsten Blau hat sich jetzt noch nicht... Ja doch, der hat sich wohl hierin bewegt. Der hat ja irgendwie alles so ein bisschen gewischt. Der hat auch die erste Kurve anhand die Dicke. Das heißt, auch da müssen wir aufpassen. Kann sich mal direkt wieder zurückbewegen. Wenn er sich gleichzeitig in den Mangel genommen, was natürlich extrem ätzend ist. Gucken wir uns mal zusammen an, wie die ganze Geschichte aussieht. Blau geht jetzt in die Offensive natürlich. Und Braun wird sich jetzt zurückziehen müssen. Da führt kein Weg dann vorbei. Die haben jetzt... Gut, das war jetzt keine große Armee. War die Armee verloren. Der muss hier zurückziehen. Das ist ja, wenn er da jetzt hinterher gehen. Mein Ziel ist jetzt erstmal Automatons upgraden, weil wir da einfach massiv auf Lager haben. Was natürlich wieder verdammt viel. So, ja, Erzfeld ist ja auch noch ich Idiot. Ja gut, aber das kriegen wir hin. Und wichtig ist, dass wir jetzt hier hinten die Armeen kaufen. Denn Blau hat hier schon eine Armee. Die ist auch nicht zu verachten. Das ist eine sehr gemischte Armee. Jetzt nichts Überwältigendes. Vor allem habe ich mich jetzt ein bisschen ins Risiko hier gesetzt. In die Nesseln gesetzt. Weil mein Held dann hier jetzt ganz ohne irgendwas steht. Ich rekrutiere schon mal überall alle Einheiten. Auch mal ein ganz wichtiger Trick. Tut jetzt immer auf jeden Fall alles rekrutieren, was ihr könnt. Damit ihr wirklich auch vorbereitet seid. Jetzt werden wir mal upgraden, damit die ganze Sache hier in dein Inventar passt. Aber nicht, dass wir die damit besiegen können. Boah, das ist jetzt auch keine gute Armee. Also die Reiter sind nichts, ne? Das ist auch nichts Besonderes. Aber ich glaube, mit der Armee, die wir hier haben, können wir sie halt auch nicht besiegen. Das sind schon, ne, das sind auch noch nicht mal upgradete Wasser-Inventar. Ich glaube, die Eis-Inventar sind nämlich Fernkämpfer. Aber wird uns auf jeden Fall wieder Quecksilber kosten. Können wir uns also auch nicht leisten. Schwierig. Ansonsten würde ich hier jetzt erstmal rumschuffeln. Und hoffentlich kann ich damit ein bisschen was erreichen. Kann auch alles upgrade werden. Warum nicht? Damit wir hier irgendeinen Vorteil erringen können. Tja, Blau kann machen, was er will erst mal. Wir werden da nicht angreifen. Aber kann nicht sein, dass er uns jetzt einfach weghaut. Okay, trotzdem nicht ganz. Aber er kommt natürlich noch mehr. Ja, was machen wir? Mit der Verteilung, die wir hier haben, sollte das passen. Wir können halt das hier nicht halten. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich kann mit ihm noch nicht mal hier hinkommen. Also wenn wir ihn jetzt opfern müssen, damit wir wenigstens noch ein paar Einheiten bekommen. Aber was für Einheiten? Was würde ich auswechseln? Ich meine, zwölf Gox und fünf Piraten. Ich kann ja auch nichts upgraden, weil das alles immer blödes Quecksilber kostet. Und wir wollen ja hier eigentlich upgraden. Bleiben wir auch bei, weil da können wir natürlich massiv einen Vorteil durchgewinnen, weil wir einfach so eine riesige Armee von den Viechern haben. Wollte uns auf jeden Fall mehr helfen. Jetzt habe ich vergessen, die abzugraben, oder? Ach ne, ist alles gut. Das ist schon richtig. Das, das, das. Ja, das bringt uns erst mal nichts. Aber auch egal. So, dann können wir nicht hier oben schon mal einen Vorteil erringen. Wir werden jetzt immer mehr in die Situation reinkommen, dass wir eigentlich immer alle Fallen können, weil wir da hinten verlieren. Das hasse ich ja immer so. Wir haben ja auch keine besonderen Schießstrategien oder sonst was möglich hier. Bin ich auch ein bisschen zu blöd für, aber ist natürlich auch mit den Umständen nicht so einfach. Wir bräuchten die eigentlich außerhalb ihrer Stadt. Das ist das Wichtige. Ich meine, die haben uns ein bisschen vorgebaut. Das kann man schon mal sagen. Aber wir werden alle... Ich weiß nicht, jetzt schon. Guckt euch das an. Das sind 20 Zyklopen. Zehn davon sind upgrade. Die haben auch noch... Ja, wohl, ich weiß nicht, ob sie Türme haben, aber... Wir werden jetzt trotzdem natürlich alles Mögliche da rausballern, ne? Oh, das ist so bitter. Naja, auch viel kein Weg da vorbei, ne? Wir können halt nicht gegen beide jetzt irgendwie... Ja, guckt euch das an. Das ist... Unspeakable. Was hat da auf mich geschossen? Was war das? Also, wir haben noch ein paar Zauber jetzt, ja? Also, was wir machen können, ist Slow auf alle setzen. Das ist ganz nett. Protection from Earth ist... Naja, weiß ich nicht. Dann... Ja, Blind ist halt irgendwie immer das Beste. Das man jetzt machen kann. Weil wir dann halt eins hin außen knocken können. Zum Beispiel den... Hier, diesen Kaiser da. König da, wie auch immer. Wir werden gerade gucken, welchen richtigen Anvisier. Das ist der Normale und das ist der König. Jawohl, dann nehmen wir den mal. Und blenden den. Das sollte uns ein bisschen was helfen. Können wir erstmal hier mit allen erstmal einfach warten. Lass die erstmal ein bisschen vor sich hin tanzen. Und dann werden wir natürlich sowieso trotzdem auf die Mütze gekommen. Das ist klar. Das ist ja ein Turm, haben wir ja hinten. Aber den Rest müssen wir dann zumindest jetzt mal... Ja, ein bisschen dezimieren können. Okay, Lack ist natürlich schon mal gut. So, er kann irgendwie schneller als ich. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Fliegen wir... Ich möchte den natürlich am liebsten angreifen. Du kannst bis dahin. Dann gehen wir hier hin. Wenn sie uns vertreffen, ist auch nicht schlimm. Weil sie gehen schon mal raus, was gut für uns ist. Wir könnten jetzt hier die tatsächlich töten. Jawohl, das ist schon mal sehr gut. Und der hier kriegt keine Gegenwehr, muss man dran denken. Ist auch schneller. Also machen wir jetzt einfach mal zack, zack. Und gucken, dass wir diesen Vorteil nutzen. Hoffentlich. Hoffentlich nutzen können. Die sind alle schneller hier. Wir können jetzt einen Skip machen. Aber dann, ja, können wir nicht hin. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir jetzt irgendwie effizient was töten. Wir können natürlich noch mehr blenden. Das ist ja immer jetzt... Je nach Spellpower, desto länger hält das. Das heißt, wir könnten jetzt auch sagen, ey, ich blende nochmal die Greifen hier. Was auch vollkommen in Ordnung wäre. Dann könnten wir uns natürlich erstmal mit diesem blöden Todesritter beschäftigen. Der natürlich extrem ätzend ist. Erstmal auf die draufhacken. Der kann schon mal... Der kriegt aber Gegenwehr, ne? Kleine Gegenwehr ist das hier. Das können wir also auf jeden Fall schon mal auf ihn draufhetzen. Dann könnten wir hier schon mal die Zyklopen töten. Ja, ansonsten einfach ihn beschießen, ne? Was bringt denn alles andere? Sondern jetzt können wir nämlich mit ihm hier schön in den Nacken und 6 töten ohne Gegenwehr. Ja, das ist perfekt. Ah, lebt der echt noch, willst du mich veräppeln? Und ja, dann bleiben nur noch die eingefrorenen Einheiten. Würde natürlich mit ihm nicht schießen, ist klar. Auch jetzt guckt euch das an, wie die fallen. Das ist halt... Das ist ja wirklich unmenschlich. Die Greifen werden wir erst wecken, wenn unsere... Hier Automatons angreifen können. Oh nein, wir können nicht angreifen. Okay, wir können aber warten. Alles, kein Problem. Kannst du erstmal die umhacken. Ja, die können natürlich auch. Das ist auch okay. Nur die sind dann... Da müssen wir dran denken. Tief schneller. Das heißt, wir würden dann Slow noch benutzen. Das ist ja jetzt nicht... Ja, okay. Er ist trotzdem vor uns dran. Verdammt. Ja, okay. Wir haben trotzdem alle Hobbits verloren. Das ist halt... Ach, das mag ich ja überhaupt nicht an diesem Spiel. 200 Hobbits. Um eine von sieben Städten zurück zu erobern. Da muss man dann denken. Also es ist überhaupt nichts Besonderes, was wir jetzt gemacht haben. Wir hatten übrigens Erfahrungen gegeben. Aber das ist halt... Unsere gesamte Fernkraft macht es weg. Er hat echt innerhalb von ein paar Runden das Ganze rausgehauen. Willst du mich veräppeln? Holy shit, hat er viel gebaut. Wie hat er das bitte gemacht? Ja gut, KI auf höchster Stufe. Aber Halleluja. Das ist ja brutal übertrieben. Halleluja. Schwierig. Ja, Blau hat jetzt natürlich die Stadt hier rechts eingenommen. Wie gesagt, viel dagegen machen können wir nicht außer halt jetzt den Tag noch überleben. Das ist entscheidend. Jetzt noch überleben, dann nochmal die gesamte Armee rekrutieren. Dann müssten wir eine Chance haben. Weil die können jetzt natürlich keine Verstärkung bekommen. Wenn wir uns jetzt natürlich rushen und das... Können die aber eigentlich nicht, weil wir die Defensive haben. Die sollte das aufhalten. Das ist jetzt keine... Ich glaube nicht, dass sie gigantisch im Vorteil sind. Deswegen müssten wir das eigentlich aushalten können. Ja, und wir laufen jetzt mit unserer Hauptarmee natürlich hoch. Es ist natürlich schwierig, weil es natürlich jetzt sein kann, dass wir uns trotzdem komplett über rushen. Also fertig machen. Können wir hier sonst mal das Upgrade Estate irgendwie in Erwägung ziehen. Brauchen wir allerdings noch ein bisschen mehr Edelsteine. Ja, und natürlich klar, hier die Lichs sind gut und auch die Black Knights sind tatsächlich ziemlich cool. Boah, schon Karsel, ja. Ne, haben wir noch nicht. Was haben wir bisher? Bitte, stimmt. Karsel hat er noch nicht, aber er hat schon echt... Keine Ahnung, wie viele Runden hatte er diese Stadt? Drei oder was? Einfach alles gebaut oder bauen. Also krass Ressourcen da reingepumpt. Aber gut, die KI hat natürlich auch unendlich Ressourcen. So, jetzt die Frage. Wird er uns angreifen oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er sich das leisten kann. Ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt noch eine Chance, indem wir jetzt alles hier rekrutieren. Das heißt natürlich, unser gesamtes Vermögen wird wieder mal komplett in die Tonne geschmissen. Ja, nicht in die Tonne, aber... rausgehauen. Wir müssen hier auf jeden Fall auch alles rausholen. Ganz wichtig. Wir müssen gucken, dass wir alles davon bekommen. Jetzt können wir das auch nächste Runde noch machen. Jetzt zuerst die Magma holen sollen. Die sind, glaube ich, interessanter als die meisten anderen. Vor allem die Fäden sind halt total nutzlos. Wir sterben halt innerhalb von einer Sekunde. Gut, andererseits geht es ja meistens auch darum, wenn man einfach nur ein bisschen was zurückhält. Irgendwann die kaputt. Wieder die Frage, ne? Boah, ey. Also das, 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 jetzt, 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 jetzt sind alle Halblinge einfach tot, ne? Es ist, das ist so brutal einfach. Es ist wirklich so brutal. Glaub ich eigentlich, meine Armadillos auch hier, genau. Die müssen aber erst nochmal hier flaggen. Bring mal die zurück und werden die jetzt upgraden, damit wir wenigstens da mal die Upgrades alle fahren können. Soll ich mir jetzt mal schwer überlegen, ob wir da kämpfen. Ja, also ich könnte halt die besiegen, glaube ich. Okay, ne? Wir haben Blindheit. Das ist ein extrem starker Spell. Aber die Frage ist halt, was haben wir dann gegen die, ne? Und wenn ich hier hochlaufe, komme ich halt auch nicht mehr runter, ne? Das ist die Sache. Ich habe jetzt einen anderen Helden mal als Bait hier hochgeschickt. Ich weiß ja nicht, wenn die sich vereinigen. Aber die können sich, glaube ich, jetzt noch nicht vereinigen. Ich glaube, die KI macht das nicht so. In der Weise. Ansonsten sind wir halt ziemlich geldarm. Ja, okay. Er läuft tatsächlich da hoch. Das ist okay für uns. Das heißt, wir haben jetzt noch die schwache Stadt. Die ist aber nicht so wichtig. Hier haben wir natürlich wieder das Problem, ob wir gegen die Stadt kämpfen, ne? Und das ist halt ein großes Problem, ja. Zweimal gegen die Stadt kämpfen, das ist so unfair einfach. Es ist wirklich brutal unfair. Also wir können natürlich hier ordentlich Schaden machen, ne? Dann würden wir hier auf jeden Fall was töten. Ich meine, die haben jetzt eh schon geschossen. Muss ich noch jemanden blenden? Das ist die Frage. Irgendwie ist der Sound gerade verloren gegangen. Okay, jetzt ist er wieder da. Könnte Blindheit... Na gut, Untutel könnten nicht betroffen werden. Stimmt, da kann ich nur diesen Blizzard-7-Greifen-Stack da angreifen. Na gut, Haze für alle. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Inferno ist nicht so gut, weil dann töten wir uns auch selber. Das ist auch ziemlich gut. Maximum Damage. Aber das hilft uns halt alles nichts, um ihn zu retten. Das ist das Problem. Slow ist auch ganz nett, aber ganz ehrlich, bringt halt auch nicht so viel. Ja, ich glaube, wir werden einfach Meteor-Schauern, die Meteoriten-Schauern nehmen. Aber das macht halt überhaupt keinen Schaden, kann das sein? Würde ich, oder würde ich nicht, würde sie zwei kaputt machen, ne? Und das macht aber an alle Schaden dann drumherum, weil irgendwie geht das gerade so, er zeigt irgendwie nur falsch an. Also, wenn ich jetzt hier okay, 19, okay. Also, könnten hier schon massiv Schaden machen? Ja, machen wir. Könnten hier schon zwei von drei töten. Ist die Frage, ob ich den Quartel so in die Gefahr bringen will. Ich glaube, den lasse ich erstmal, warte ich erstmal. Das ist, okay, gut. Das ist so viel dazu. So viel zu dieser Geschichte. Ja, was wir natürlich auf jeden Fall machen müssen, ist hier oben hinkommen. Ja, der ist jetzt auch wieder komplett tot, natürlich. Also, das ist ja auch wieder sehr ärgerlich. Wir sind da zwölf. Ja, okay. Eigentlich egal. Sind auch nur die drei. Ja, dann töten wir die erstmal. Und dann können wir hier die... Nee, können wir nicht alle zwölf töten. Das ist natürlich sehr unglücklich. Das ist natürlich, der heilt sich ja wieder. Können wir mit denen aber hier mal drauf schießen. Ja, dieses blöde... Ich mag diese Stadtverteidigung halt nicht. Die geben mir so oft die Nerven. Ich glaube, diese Eier sind geslowt, ne? Immer platt. Und du machst den da platt. Ja gut, deutlich besser als das, was uns die KI gegeben hat. Das muss man schon sagen. Aber gut. Ah ne, es war auch alles. Ich dachte schon gerade, wir müssen jetzt zwei kämpfen. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Haben natürlich jetzt ja genau die Woche verpasst. Schwierig. Wir werden aber unsere Vampire upgraden, was ich schon mal als ein Gewinn sehe. Ich bin jetzt auch kein großer Gewinn. Aber dann halten wir die Stadt auch. Das Problem ist natürlich, dass er wieder den Nebel des Krieges da angewandt hat. Für die KI ist das komplett egal. Für uns ist das so brutal, einfach den Nebel des Krieges wieder anzuhaben. Also wirklich so brutal. Ja, komm, hier, nimm die mit. Warum nicht? Oder hier, die Dinger, die werden ja direkt gefokust. Dann können wir mit dem hier mal runterlaufen. Mal gucken, wo denn der Rest ist von ihm. Muss ja dann, also wenn ich jetzt mal richtig sehe, müsste ja eine hier oben sein. Ne, hier links muss eine sein. Und hier, kann das sein? Irgendwo? Schwierig abzuschätzen. Der Blau ist tatsächlich reingefallen auf unsere Baiden, in Anführungszeichen. Also wir haben wieder einen Helden verloren, auf Deutsch. Ja, wir können hier rüber gehen. Die Frage ist, können wir das besiegen, wenn die jetzt da noch einen großartigen Burg reinbauen oder sowas. Ich darf hier noch die letzten Elementare mitnehmen und uns schon mal dahin bewirken. Also, dass wir das noch mitnehmen hier. Ja, du nimmst nun mal Spellpower. Ein bisschen mehr Blindheit ist nicht schlecht, kostet ja auch nicht so viel mit unserer Power, die wir haben. Ja, er geht weiter da unten. Das ist alles kein Ding. Ja, der Grind geht weiter. Hier ist die nächste Armee. Und die sieht auch wieder, ich meine, nicht schlimm aus, aber sehr viel Fernkampf natürlich. Und ja, wir verlieren natürlich immer mehr unsere Ressourcen. Die 87 Automatons werden uns durchhalten lassen, aber ich glaube, Fernkampf haben wir jetzt bald schon durch. Da haben wir hier die Option noch anzugreifen. Auch da haben wir Blindheit. Das heißt, wir können, also blenden, das ist ganz gut. Ja, aber, 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 wir haben halt kaum Geld, weil wir da halt so viel ausgeben momentan. Wir können uns natürlich hier so viel holen. Ihr seht es ja, wir kriegen auch viel Geld pro Hunde, aber schwierig. Ja, und die upzugraden wäre natürlich auch cool. Aber was genau hat das für eine Substanz für mich? Ja, also, nicht so viel. Da würde mir das sogar noch mehr bringen und die Magie-Gilde einfach bauen, um zu hoffen, dass wir mal den Stadtportal kriegen. Weil dann können wir loslegen. Erst wenn wir das Stadtportal haben, der Rest ist, bringt uns halt einfach nichts. Ohne Stadtportal werden wir hier nicht vorankommen, was halt ein großes Problem ist. Weil dann halt überall nur in dieser Brudel hier steht. Ich meine, die eine hat mir jetzt zurückgezogen, das heißt, die wird hier einen Nachschub holen. Damit sind wir hier erstmal so ein bisschen im, ja, im Okay-Status. Aber hier müssen wir halt kämpfen. Wir müssen die umbringen, gerade weil sie sich auch getrennt haben. Ja, wir sind auch nicht überwältigend stark, würde ich behaupten. Da sind wir schon deutlich stärker. Aber jeder Verlust ist natürlich massiv bitter. Das könnt ihr euch ja denken. Ja, das wäre das Auto-Resolve. Ich glaube, das nehme ich sogar an. Ist okay, ne? Ja, kann man machen. Dann nehmen wir direkt die nächste Armee und gucken, was da rauskommt. Okay, da bin ich jetzt nicht so einverstanden mit. Einen Quartel zu verlieren, fände ich halt irgendwie nicht so cool. Wüsste auch nicht, warum wir die verlieren sollten. Das ist die Frage. Ich meine, das da oben müssen wir doch einfach so auslösen können, ja. Gut, das Problem ist natürlich, er hat jetzt auf jeden Fall die Chance nochmal, ach, ich hätte es skippen sollen. Okay, schlechte Moral ist natürlich perfekt. Okay, das sieht doch gut aus. Dann lassen wir alle warten. Jetzt kommt natürlich wieder die Sache her, was zaubert er? Ja, das war klar. Ja, dann töten wir die erstmal und machen hier mal Platz. Und dann war es das eigentlich. Jo, das war es. Ja, deutlich besser als Quartel zu verlieren. Okay, Mysticism ist ziemlich, ja, eigentlich ist nicht schlecht, ne? Aber wir kriegen eigentlich, wenn wir nachher in die Stadt gehen, kann man immer die Spellpoints regenerieren. Da brauchen wir eigentlich nichts anderes für. Jetzt nehmen wir Expert Intelligence. Ja, und jetzt haben wir unseren zweiten Hellen wieder verloren hier. Natürlich gut, ich habe ihn jetzt auch einfach nur nach vorne geschickt. Aber wir müssen natürlich jetzt irgendwie spähen, wo wir jetzt hingehen müssen, ne? Das ist halt wichtig. Ich gucke mal erstmal, ob hier oben was ist. Nicht, dass ich das nachher doch übersehen habe. Wäre ja irgendwie blöd, wenn das so wäre. Da haben wir so viele Einheiten hier, ne? Das ist wirklich brutal. Aber die alle hochzubringen, das ist halt unfassbar schwer. Würde ich aber natürlich sehr gerne. Wobei die Hobbits, also die Halblinge können wir jetzt eigentlich schon vergessen. Die sind schon raus aus dem Spiel. Weil die einfach nicht mehr eine Masse haben werden, die wirklich relevant ist. Von daher... Ah, ne, Quatsch. Okay, du bist derjenige, der... Laufen soll, ist natürlich blöd jetzt mit mir gewesen. Lauf du mal das Stückchen nach oben. Ja, und hier ist weiterhin die Frage, was machen wir da? Ja, das wäre das Ergebnis. Ich hoffe, dass es besser machen kann, aber mit viel recht nicht. Ach, wir haben aber gar keine Verteidigung hier. Okay, das ist ziemlich cool. Wir können also alles slowen. Das kostet 5 oder halt blenden. Was ist wichtiger hier? Ich glaube, die Wölfe blenden wäre nicht schlecht. Wäre tatsächlich wichtig. Ja, diese blöden Elfen sind natürlich auch extrem ätzend. Zoneskin auf alle ist auch ziemlich gut. Boah, ich glaube, Blindheit ist nochmal besser. Weil die Viecher können schon gut Schaden machen. Sind natürlich an sich erstmal nur ätzend. Nichts anderes. Und dann lassen wir erstmal alle anderen hier arbeiten. Okay. Bewusst hat er sich auch entschieden, nichts zu tun. Natürlich werden wir jetzt von den Elfen erstmal die Fresse kriegen. Ist uns aber ehrlich gesagt erstmal komplett egal. Ja, lasst uns ruhig beballen. Das ist eh egal. Ja, dann lassen wir die auch nochmal. Okay, jetzt kriegt er erst Haze. Warum hat er nicht vorher gezaubt? War er nicht vorher dran? Doch. Sehr merkwürdig. Also wir werden uns jetzt komplett nach vorne bewegen. Die werden eh sterben, das ist klar. Ist uns auch egal. Ich will vor allem diese Elfen töten. Oder eben die Stormbirds. Ja, weil die ja eh hier gerade Ärger machen. Dann hauen wir den erstmal ins Gesicht. Ja, sehr gut. Der ist tot. Können wir natürlich mal machen, dass wir die alle slowen. Das wäre auch nicht schlecht. Wir haben uns jetzt natürlich wieder verflucht. Oh, Haze. Wir müssen diese blöden Elfen in den Nahkampf bringen. Das bringt dir alles nichts. Sie würden kannst du... Ach Gott, Minimalschaden. Schlimmste Horror, den es gibt. Wirklich. Das ist wirklich brutal. Der wird uns jetzt einfach abkassieren komplett. Ja, genau. Sie werden uns alle abkassieren. Das ist echt brutal. Ja, du kannst hier einfach mal hin. Bei Minimalschaden, ihr seht es, wie wenig das ist. Aber gut. Den sauberen Apfel werden wir jetzt beißen müssen. Fernkämpfer schmeckt, was schon mal das Wichtigste ist. Also den starken Fernkämpfer, sagen wir mal so. Will ich das erstmal töten? Also wir könnten jetzt... Ne, haben wir nicht. Ja, doch. Bless könnte man machen. Bless auf alle. Also er hat ganz gute Fähigkeiten mittlerweile. Oder hat einfach... Warum hat er so gute Fähigkeiten? Weiß ich gar nicht. Oder... Ist gut. Also Bless auf höchster Stufe. Finde ich nicht verkehrt. Dann können wir nicht jetzt wieder den Schaden hochpushen. Müssten... Ja gut. Erstmal das hier töten. Ist einfach so. Kann es jetzt zwölf wieder töten. Das sieht doch schon viel besser aus. Hier kriegen wir leider den AOE-Schaden nicht hin. Aber wir können den schon mal ordentlich auf die Mütze geben. Denn er kann auch ziemlich nervend sein. Einfach von... Ach Gott. Okay. Das war jetzt kompletter Fail. Habe ich jetzt wieder umsonst noch mehr Damage bekommen. Dann können wir noch einen Lightning Bolt draufhauen. Warum nicht? Und gönnen uns direkt mal den massiven Schaden hier dagegen. Und dann sollten wir das auch gegessen haben. Ohne jetzt so gigantisch. Waren die die... Wie heißen sie? Ich weiß nicht mal. Silvs oder was auch immer. Uh. Die sind sehr gut. Oh. Das sind super Handschuhe. Die hätte ich gerne auf meinen... Meine Haupthelden. So. Boah. Ja. Das sind Level. Das ist gut. Gebaut hat der hier nichts oder was? Sieht nicht so aus. Schade. Das wäre echt gut gewesen. Hatsache. Ich wusste doch vom Layout, dass hier oben eine Stadt sein muss. Ey. Ich hatte sogar recht. Das ist dann die Hauptstadt? Engel. Oh ne. Mit Castle dann dabei. Oh. Wie schrecklich. Aber wichtig ist natürlich, dass wir diese Stammien noch abfangen. Auch wenn die jetzt auch wieder nicht klein sind und auch wieder auf die Nerven gehen will. Aber anders werden wir hier nicht vorankommen. Ich kann noch ein bisschen was hier an... Kann ich noch ein Crap irgendwie holen. Hier sind Zombies oder so. Vielleicht ein bisschen was auffangen. Dann schicken wir die noch mit. Wird wir noch ein bisschen mehr irgendwie Damage soaken können. Wie gesagt, unser Tool ist halt Blenden. Da braucht man nicht drüber zu reden. Blenden ist halt das Nummer 1 Tool, was wir haben. Alles andere ist momentan eher so mittelmäßig. Bis der hier oben ist, ist halt... Jetzt habe ich auch noch vergessen, die abzugraden. Ich bin so ein Vollhorst. Das heißt, wir haben jetzt natürlich ein Großproblem, dass die nicht mal abgegradet sind. Gut. Du ziehst dich einfach zurück und hältst hier einfach die Stellung. Was wir von dir nur brauchen, ist einfach nur konstant Einheiten rekrutieren. Konstant hier sammeln. Und vielleicht kriegen wir irgendwann auch mal ein Stadtportal. Ich glaube es aber nicht. Du verziehst dich. Ja, okay, da ist schon mal das. So, dann geht's zum nächsten Kampf. Muss ich aber jetzt nicht schon wieder zeigen, glaube ich. Das kennen wir jetzt mittlerweile. Oho, Leute. Mal gucken, dass die Aufnahme läuft. Ja, wie cool ist das denn? Jetzt haben wir schon wieder einen Helden verloren, ja. Aber er ist mit seiner großen Armee aus der Stadt rausgelaufen, dass es natürlich das Beste, was geben kann. Ein Problem ist, obwohl das kein Problem ist, wenn er die Stadt einnimmt, ist es natürlich auch wieder ätzend. Kann er auch machen. Okay, vielleicht ist es doch nicht so gut. Aber es ist, ja, es ist, doch irgendwo, ne. Also, ne. Irgendwo schon gut, weil wir halt nicht diesen blöden Effekt da jetzt haben müssen. Jetzt, ach Gott, ich bin echt, vergessen den Video abzugeben. Jetzt glaube ich hier die ganze Zeit hinterher. Ich war so klar, ich hab wieder vergessen. Naja, auf jeden Fall ist, ähm, ja, jetzt hat mit der ganzen Armee raus. Das heißt, wir können das hier jetzt natürlich easy erobern. Frage ist, natürlich wird er dann in einer Runde hier unten hinkommen, das ist die Sache. Aber gut, wir müssen das erobern. Ich glaube, das ist ja noch mächtiger, weil er hat Engel da und Engel sind halt super stark. Jetzt ist man sich ein bisschen ärgerlich, ne. Vielleicht können die es schaffen, wenn ich, oh, hier ist ja übrigens noch was zum Buffen. Na gut, kriege ich jetzt erstmal nicht, mache ich lieber einen Wirkweg. Kommen die da noch hin? Ne, das ist ja auch kompletter Schwachsinn. Ja gut, das müssen wir aber machen. Das sollte jetzt auch keine großen Probleme bereiten. Ja, da werden wir nichts gegen machen können, wegen den Türmen halt einfach. Ja. Ist natürlich ärgerlich, wir haben jetzt fast gar keine Wachmänner mehr, ne. Also, äh, wie heißen sie nochmal? Bounty hat das schon in Kopf, gell? Ich weiß nicht, warum ich auf Wachmänner kommt, weil die auf einen Wachtturm gebaut werden, halt. Aber, ja. Aber wir haben zumindest ein sehr upgradetes Gebäude oder eine upgradete Stadt. Die Frage ist natürlich, wo läuft der jetzt hin? Der wird hundertprozentig durch die KI-Kenny runterlaufen. Das heißt, wir gehen schon mal hier über die Schritte runter. Mit hier mal aus dem Weg. Dann können wir mit ihr schon mal weiter forschen gehen. Ich meine, bauen wird der jetzt erstmal nichts mehr. Aber wir werden halt wieder gegen die tollen Türme anlaufen. Blau ist soweit eigentlich jetzt. Gut, kommt jetzt wieder. Hat auch wieder nochmal upgraden. Geht aber auch wieder. Das ist jetzt auch nicht übermäßig. Das sind halt 1, 2, 3, T1, nee, 4, T1, 2 Einheiten. Also, das sind auch nicht riesig. Also, hier ist unsere Armee hier natürlich komplett zerstört. Das heißt, wir hoffen, er braucht bis zur siebten Runde, bis er hier unten ist. Aber, das könnte man natürlich machen, indem wir ihn ein bisschen ärgern. Und einfach wieder mal einen Helden raushauen. Der dann wieder da rumläuft und den auf die Nerven geht. Okay, muss natürlich auch irgendwie so sein, dass er das nicht erreicht in dieser Runde, dass wir ihn dann wieder nach oben baiten können. Ich hoffe, dass so ein Schritt geht auch noch, dass das so funktionieren. Gucken wir einfach mal. Okay, das hat gar nicht funktioniert. Er ist direkt gestorben. Okay, er hat sich aber jetzt einfach die Stadt zurückgenommen. Gut, habe ich jetzt natürlich total daran gedacht, weil ich nicht vollidiot bin. Und ja, Blau kommt leider mit der nächsten Armee hier. Also, Blau ist auf jeden Fall unser Hauptgegner. Man sieht, wir laufen hier einfach mal dran vorbei, ganz geschmacklos. Und gucken wir uns an. Ja, der nimmt hier gerade auch den grünen. Das heißt wahrscheinlich, das ist der letzte Kampf gegen Braun. Eins gegen eins sind wir dann. Aber wir werden natürlich massiv hier verlieren. Das ist das große Problem. Ich werde hier noch alle Vampire mitnehmen. Eigentlich auch alle schwarzen Reiter. Die sind sehr gut. Dann muss ich die hier weglegen. Die kommen ja eh nochmal in andere Formen weiter. Ja, auch die Licht müsste ich mitnehmen, weil das sind einfach zu wenige, als das relevant wäre. Tja, und jetzt fehlt halt dieser Kampf. Aber wenn der Blau jetzt noch von hinten kommt. Ich meine, die Armee ist jetzt nicht überragend. Auch das ist nichts Besonderes. Aber das wird jetzt wieder so teuer werden. Wahrscheinlich alle von unseren Kopfgeld hierhergang verlieren. So bitte, ey. Dann gucken wir uns einfach mal an. Ach, es geht sogar noch, ne? Aber gucken wir mal, was wir besser hinkriegen. Werde ich aber, glaube ich, allein gehen. Dann würde ich jetzt alles mitnehmen, weil wir werden ja noch komplett blau auslöschen wollen. Ja, ist glaube ich ein bisschen besser gelaufen. Jetzt nicht beeindruckend, aber passt schon. Wir haben noch immer nicht das letzte Puzzleteil für unseren Bogen bekommen. Irgendwann auch ein paar andere Sachen bekomme ich gar nicht gemerkt. Aber hier, Mana ist gut. Hätten wir allerdings hier unten das noch einnehmen müssen. Hier rechts ist nämlich noch das andere Teil. Ich glaube, damit kommen wir mit dem noch zusammen, glaube ich, zusammen. Diese super coole Fähigkeit, wo wir jeden Tag unser komplettes Mana regenerieren. Übrigens ist Braun noch nicht besiegt. Das heißt, hier muss noch irgendwo irgendetwas sein. Jetzt müssen wir wieder runterrushen, weil jetzt der nächste Quatsch kommt. Und der Start ist es halt so. Blau steht noch neben uns. Ich meine, die haben die Elfen. Die werden aber eigentlich von unseren Türmen gekillt. Aber da mit unseren Blindheit... Ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Aber es ist jetzt der letzte Tag der Woche. Das heißt, das ist entscheidend. Blau ist hier oben zurückgezogen. Unseren nächsten Helden hat sich wieder mal geklatscht, wie immer. Deswegen ist es halt wirklich... Blau hat das so viele Städte. Das sind halt noch locker vier. Es wird noch Arbeit. Ansonsten sind wir hier jetzt ein bisschen am Upgraden. So ein paar Soldaten hier raus. Und hoffen, dass wir dann irgendwann eine schlagkräftige Armee haben. um alles beseitigen zu können. Ich muss hier auf jeden Fall auch noch einen Helden produzieren. Der dann nochmal die ganzen Sachen nachliefert. Ja, er hat es nicht getan. Wir haben... Den Angriff wird hier wieder erwartet werden. Das ist aber kein Problem, weil da ist nichts. Das ist eigentlich nur ein Bait. Das ist super gut. Das heißt, wir können wieder hier alles holen. Und haben damit nochmal eine Woche gewonnen. Das ist exzellent. Das müsste uns auch eigentlich helfen, die auszulöschen. Und dann kommt wieder Nachschub. Weil die ihre Armeen echt für 200% wirklich krass verziehen. Aber gut, dafür sind es natürlich jetzt schon viele Armeen. Aber ich denke, wir haben auch ganz okay gearbeitet, dass wir da auch einen großen Vorteil hatten bisher. Du hast da R1400 kann ich mitnehmen. Ja, jetzt müssen wir wieder hier... Wir haben noch immer keinen... Das ist halt das Einzige, was wir halt einfach absolut brauchen. Wir brauchen absolute Energie im Sinne von... Ah, Satz hier. Pound Portal. Oh Gott, wie komme ich denn hier im Namen? Ah, wie peinlich immer. Egal. Ja, das heißt, wir bräuchten die Magie Gilde 3. Aber da fehlt uns immer dieses verfluchte Gewecksilber. Boah, der Marketplace ist auch winzigst. Aber ja, müssen wir halt jetzt einfach nochmal holen. Wir müssen gucken, ob wir das nicht irgendwie mal hinkriegen, dass wir ein Startportal haben. Wenn wir das haben, ist das Ganze halt viel einfacher. Dafür müssen wir jetzt nochmal 8 Gewecksilber haben. Die anderen Sachen haben wir ja auch nicht unendlich, ne? Das ist so bitter. Weiß nicht, ob ich die... Was nehme ich lieber? Die Lich oder die Knochendrachen? Soul Prison. Ich glaube, wir nehmen... Ich glaube, wenn die... Soul Prison hat er hier... Das ist Soul Prison. Irgendwas übersehen. Hat der das... Ja, hat der. Oh mein Gott, der hat einen von den Obelisken gesammelt. Ich würde gar nicht merken. Ey, wahrscheinlich schon wieder Leute. Was ist hier los? Dass du das nicht gesehen hast. Oh mein Gott, wir kriegen 5000 pro Tag. Okay, wow. Diese Stadt ist ja komplett übertrieben. Was ist das denn? Oh mein Gott, das ist ja... Absolut krankhaft gut. Kosten die schon... Die kosten da nichts, ne? Die sind extrem schlecht auch, die Knochendrachen. Also wirklich brutal schlecht. Aber das ist ja richtig gut. Oh mein Gott, guckt euch das an, was wir jetzt für eine Armee schon haben. Dadurch. Aber was nehme ich jetzt? Lich? Ich nehme Lichs mit. Erstmal. Aber das ist ja gar nicht schlecht. Dann können wir ihn nämlich hier... Der kann jetzt hier hin und her pendeln. Das ist gar nicht so verkehrt. Aber das ist natürlich krass, dass er tatsächlich hier einen Treasure gefunden hat. Wie übertrieben ist das denn bitte? Das ist ja richtig gut. Ja, gehen wir uns hier mal an. Wir werden den Kampf suchen. Ich weiß nicht, ob wir das gewinnen können. Oh mein Gott, ja. Wir haben es sogar... Boah, das ist ja... Dann haben wir gewonnen, glaube ich. Wenn wir das so schaffen, dann haben wir die Sache hier stabilisiert. Wir haben noch immer kein Startportal. Aber ey, das müsste eigentlich... Klar, die haben um noch mehr Armeen. Aber das müsste tatsächlich massiv gut sein. Wir machen können es tatsächlich einfach slow. Oder hier einfach so eine... Dulelei. Aber ich glaube, das wäre Slowball besser gewesen, glaube ich. Bin ich jetzt ehrlich. Okay. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, die Opfer war ja immer. Das ist ja ganz normal. Aber das können wir auch noch besser machen. Aber ja, ihr seht auf jeden Fall, das können wir gewinnen. Brauche ich jetzt aber eigentlich auch nicht mehr. Großartig... Großartig zu zeigen, glaube ich sogar. Es ist eigentlich sowieso schon durch. Ganz jetzt wenigstens noch verbessern, aber das war auch alles. Okay, ist dreck geflohen. Also haben keinen Feuervogel verloren. Das ist mir das nicht gewesen. Brauche ich ja gar nicht wirklich zu kappen. Dann haben wir die Bedrohung hier erstmal beseitigt. Wir werden natürlich weiter hier hocken. Wir können nicht wirklich rausgehen, weil hier sind nämlich überall noch Armeen. Ich möchte eigentlich nicht oft Garderwisch werden. Hier war auch eine Armee mit den dicksten Tee-Einheiten. Ich weiß nicht, ob die jetzt nach oben gelaufen ist. Warum? Wüsste ich auch nicht, weil ich hier der einzige Feind jetzt bin. Aber vielleicht will der hier verteidigen gehen. Das kann auch sein. Naja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ich laufe jetzt mal auf die Gegner zu. Und sage Geronimo. Und hoffe, dass das dann funktioniert. Er hat noch ein bisschen aufgefahren hier. Rekrutiert natürlich. Ergibt ja irgendwo Sinn. Das Problem ist, dass wieder die Tower uns nerven. Der Rest ist eigentlich komplett egal. Die haben, glaube ich, auch gar keine Möglichkeit, ein T4, ihr Magier-Gilde zu nehmen. Deswegen haben wir jetzt auch nicht hoffen können, dass wir da irgendwas cooles kriegen. Ja, sonst machen wir das sehr wie immer. Ihr kennt das Prinzip. Ich brauche das auch nicht mehr wirklich zu zeigen, glaube ich. Denn wir werden wieder das ewig Gleiche machen und ein bisschen blenden. Und hoffentlich die Verluste etwas verringern, auch wenn die Litsche ja jetzt schon fast tot sind. Ampereignis los. Also nichts Besonderes. Jetzt hier wieder einen Helden kaufen. Ihr kennt das Spiel ja mittlerweile. Ich muss es eigentlich nicht mehr ganz so erklären. Und werden gucken, dass wir hier jetzt mal sehen, was noch so abgeht. Ja, da ist die zweite Abwehr, die wir noch gesehen hatten. Hier sind einfach die anderen Türme. Ich hoffe nicht, dass der auch noch Neko-Town hat. Sonst haben wir das Problem, dass wir wieder diese ganze Zeit Nebel des Krieges bekommen. Ja, hier können wir auch noch langen. Ich glaube, wir nehmen noch einen Helden. Auch wenn da natürlich wieder viel Kies ist, dass uns hier einfach verloren gehen wird. Und dann gehen wir hier auch nochmal reingehen. Gauten ist halt extrem wichtig im Spiel, weil es halt keinen Rock of War gibt. Ja, der hier steht jetzt einfach nur hier rum. Ich werde nicht mehr hochgehen. Das lohnt sich nicht. Ich brauche einfach jetzt eine T4-Magier-Gilde, die uns einfach hier die Möglichkeit ergibt. Hier, das kann er es gar nicht bauen. Das heißt, hier kriegen wir jetzt auch nicht wirklich was besonders Großartiges. Okay, wir haben Braun vergessen. Braun kommt hier gerade oben runter. Ich hatte gehofft, wir können die einfach weghauen. Aber das sind zu viele starke Einheiten. Man ist nicht übertrieben stark, aber stark genug. Ich glaube, er hat sich irgendwie zurückgezogen, panikmäßig. Wir haben alle Armeen nach hier oben. Ich habe jetzt nochmal schnell rekrutiert, bevor ich das nachher vergesse. Denn das wird mir niemals passieren. Ja, und dann kann er uns natürlich beide Städte auf jeden Fall nehmen. Das ist halt eher nervig als alles andere. Ich hoffe, dass es die letzte Armee von ihm ist. Aber ja, bleibt abzuwachten. Werden wir dann sehen. Könnte ich da irgendwas gegen machen, dass der mich so passiert? Ich glaube nicht. Werde es aber natürlich trotzdem mal versuchen. Nope, da kann ich nichts an erinnern. Wollen wir schon mal sagen. Und er haut natürlich einfach wieder ab. Macht den richtig schönen Gammelmodus, ey. Herrlich. Wirklich toll. Aber da muss ich einfach sagen, das ist manchmal das, was ich bei Heroes so hasse. Jetzt macht die KI halt wirklich diesen richtigen Schießmoment. Die kann jetzt in jede Stadt reingehen. Und einfach da absolut nerven. Und ich kann jetzt nichts dagegen machen. Ich komme nicht drumherum. Wenn ich jetzt hier rumgehe, schaffe ich es nicht. Wenn ich hier rumgehe, schaffe ich es auch nicht. Das heißt, er kann nachher wieder hochlaufen. Und wieder die Stadt rein. Das heißt, wir stellen uns jetzt in die Mitte. Gucken, dass wir beide Städte halt bekommen können. Und ja, wir werden halt auf jeden Fall wieder eine Stadt verlieren. Weil wir da einfach nichts gegen machen können. Oh, ich hasse das. Und blaue Kader, die währenddessen wieder vorankommen. Ist ja klar. Wir können ja wieder hier einen Angriff wagen. Warum auch nicht? Das heißt, wir müssen uns jetzt hier auch wieder zurückziehen. Können auch schnell hier irgendwas rekrutieren, damit die das nicht bekommen. Aber werden wahrscheinlich auch die nächste Rekrutierungswelle dann nicht für uns behalten. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht. Er hat genau das getan, was ich gemeint habe. Und jetzt sitzen wir wieder gegen die Dingens. Oh, und jetzt ist er tot. Jetzt müssen wir wieder gegen die Geschichte kämpfen. Und das wird mir total nervig. Na gut, das wird einer der entscheidenden Kämpfe sein. Gut, wir kriegen jetzt unsere eigene Armee auf die Mütze. Herrlich. Wir haben natürlich noch ein bisschen mehr Zauber. Wir könnten jetzt hier Earthquake machen. Bringt nix. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel ein bisschen Meteoritenschauer machen. Die haben halt keine Fernkämpfeinheiten. Problem ist aber natürlich, theoretisch können die KI jetzt einfach darin hocken. Und machen, was sie will. Weil, was sollen wir jetzt großartig dagegen machen, ne? Also wir können jetzt nicht irgendwie rausgehen. Naja. Äh, ja. Wir nehmen wahrscheinlich hier einfach mal ein bisschen was an Slow und Haste und Shield. Wäre nicht schlecht, tatsächlich. Äh, Hand-to-Hand-Combat. Ja, gut. Wichtig ist eigentlich diese blöde Beschuss, ne? Den wir immer jetzt bekommen. Haste. Ja, Haste würde uns helfen, da direkt ranzukommen. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Naja. Gucken wir mal. Also lassen wir die einfach mal arbeiten. War klar. Jetzt kommt nämlich direkt mal Slow. Das heißt, wir machen jetzt Haste, damit er uns damit nicht nerven kann. Wird einfach alle erstmal warten lassen. Mir komplett egal. Die machen tatsächlich den Move, die die KI eigentlich nicht machen muss. Aber es trotzdem tut. Nämlich rauslaufen. Was eigentlich ziemlich Unsinn ist. Ja, was will ich töten mit denen? Also das ist ja unser Power-Stack. Macht das mehr Schaden mit 2 sind 15? Ne, ich glaube, das hier macht mehr Schaden. Aber anders kann das auch irgendjemand anders töten. Machen wir erstmal die Knochen weg. Die mal weg. Ähm, die mal weg. Mag ich auch nicht. Mag ich nicht so gerne. Die weg. Jetzt kommt wieder Geballer, da können wir ja wieder nichts gegen machen. Jetzt habe ich auch noch nicht ernsthaft schlecht. Okay, beruhig dich. Ja, okay, cool. Da haben wir ihn ja. Ja, der kann erstmal den umhauen. Reicht das? Ich glaube, das reicht aber, oder? Okay, ich dachte schon, ey. Ja, okay, das sieht besser aus. Alles in Ordnung. Basic Resistance ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber Basic Air Magic ist halt viel besser. Und ja, wir haben es geschafft. Ihr seht, wir haben wieder keine Sicht mehr. Äh, ich meine natürlich, wir haben, äh, hier Dings ausgelöscht. Schön. Da kann ich ja beruhigt schlafen. Ja, und nimm irgendwas. Du gehst mal nach unten, holst neue Truppen. Äh, ja. Ja, ja. Und ja, natürlich haben wir die andere Stadt wieder verloren. Ist ja klar, ne? Weil, ja. Könnt ihr euch ja denken, warum? Weil wir uns ja zurückziehen mussten. Und da auch keine große Wahl hatten. Jetzt werden wir auf jeden Fall mal gucken, noch kurz zusammen, wie es aussieht, wenn wir, ach, wir haben ja schon die T4-Gilde. Ach, die haben die T4-Gilde. Und? Ist nicht dein, Alter, es ist nicht dein Ernst, ey. Ja, Clone ist auch ganz cool. Wir nehmen es einfach hier und kriegen ein Shane Lightning. Ha, ha, ha. Ähm, Confirm Without Research. Okay. So. End. Achso, ja. Müssen wir echt nochmal bezahlen, ne? Willst du mich veräppeln? Es ist halt, boah, ich krieg Aggression, ey. Ähm, ja. Wir müssen halt einfach diese Kacke kriegen. Aber dann können wir halt hier auch mal arbeiten. Achso, ich glaub, wir können das nochmal. Ne, können wir nicht. Achso, ich kann nur einen researchen. Ja, cool. Das können wir erstmal hier abgammeln und hoffen, dass wir in der nächsten Runde was kriegen. Und da ist es endlich, ja. Clone Portal, der wichtigste Spell von allen, ey. Das ist so wichtig. Jetzt können wir nämlich endlich auch wieder zu unserer Hauptstadt zurück. Guckt es euch an. Und uns endlich mal wieder Truppen holen. Wir können jetzt auch hier eigentlich upgraden, wenn wir die Ressourcen dafür hätten. Haben wir aber auch fast. Würden wir auch jetzt auf jeden Fall uns holen. Ganz klar. Denn, äh, dann können wir nämlich die ganze Geschichte upgraden. Wobei, das Upgrade ist das Problem. Für jedes Upgrade brauchen wir ein Kristall. Und das ist natürlich, ja, schwierig bis unmöglich natürlich. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Alles andere bringt nichts. Da sind die untoten Einheiten einfach viel besser momentan. Selbst hier die Dreadnoughts bringen da nichts. Jetzt brauchen wir halt Kristalle, ne. Ja, ist das ätzend. Und, äh, ja. Wir werden einfach komplett alles hier ausgeben. Damit wir diese Kristalle irgendwie zusammenbekommen. Ich weiß, das ist ein bisschen, wirkt ein bisschen wahnsinnig. Aber wir müssen halt diese Quartel upgraden alle. Dann haben wir nicht jetzt, jetzt haben wir nicht eine richtige Armee. Jetzt können wir loslegen. Und ihr könnt dann einfach weiter zaubern. Ne, zack. Ich kann wieder hin. Was heißt, jetzt muss ich nur wissen, was was ist. Ich glaube, Dark Eternal war das. Zack. Bin wieder oben. Und kann nächste Runde hier auch nochmal alles absacken. Und kann auch nochmal hin und her, wenn ich will. Maler regeneriert sich ja sofort wieder, wenn ihr in der Stadt seid. Von daher ist das super. Das passt alles. Wir müssen aufpassen, hier oben war auch noch ein Gegner. Nicht, dass der uns irgendwie ankommt. Aber ansonsten sieht das doch sehr, sehr gut aus. Ich glaube, dann sind wir jetzt bald durch. Ja, eine kleine Shopping-Tour gemacht. Nochmal Upgrade und so weiter. Jetzt sind wir wieder ordentlich dabei. Also die werden jetzt keine Chance mehr gegen uns haben. Ich habe noch nicht mal bei unserer Hauptstadt geholt. Also bisher habe ich wirklich nur die Sachen von Untoten geholt. Aber ja, wir haben auch nicht mehr so viel Geld, um jetzt noch massiv mehr zu holen. Ich würde jetzt nochmal hier einfach eine Runde warten. Die werden jetzt in der Runde nicht zu uns kommen können. Von daher sollen die mir einfach am Popo vorbeigehen. Ich muss jetzt aber gucken, wo ist er hier unterwegs. Genau, hier ist er nämlich unterwegs. Oh, hier ist ja ein... Oh, hier ist ein Drachen Utopia. Oh, okay. Das ist natürlich krass. Da müssen wir gleich noch hin. Ich muss jetzt hier ein bisschen Risiko eingehen. Ich habe aber die Möglichkeit, hier die größte Armee, glaube ich, von Blau noch zu crashen. Das Problem ist, dass der Herr O mit seiner 60. Armee halt auch noch in der Nähe von meiner Basis ist. Das heißt, wir müssen natürlich hier auch wieder rekrutieren, wo ich eigentlich gar kein Geld und gar keinen Bock drauf habe. Aber da wird kein Weg dann vorbeiführen. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal raushauen. Und dann hoffen wir, dass wir dann hoffentlich unten irgendwie hier zu crashen können, dass wir danach das Spiel dann beenden können. Das wäre ganz gut. Also das ist keine große Armee, aber ja, das ist eigentlich eine lächerlich kleine Armee. Okay. Müssten wir eigentlich verteidigen können. Also ist das Risiko jetzt nicht gigantisch. Ja, er will mir noch 80 umbringen. Wird bestimmt Implosion haben. Also Implosion. Extrem ätzender Zauber. Also wirklich extrem ätzender Zauber. Wir haben natürlich wieder viele Möglichkeiten hier. Ich würde wieder auf Blind gehen, damit wir einfach ganz oft erstmal dran sind. Also diese Couseren wären auch nicht schlecht. Und wenn wir jetzt auf Haste gehen, glaube ich, kommen wir auch überall dran. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Na, völlige Quatsch. Wir haben ja gar keinen Haste auf Meister. Deswegen geht das ja gar nicht. Berserker wäre natürlich auch mega geil. Also das wäre auch, weil wir haben ja vorher auch Meister. Berserker ist halt auch mit das Allerbeste, was es gibt. Also das ist schon wirklich cool. Das sind halt 68. Das muss man sich mal wegtun. 68. Also blenden ist schon mal klar. Aber ob ich den jetzt blende oder die anderen, das ist die Frage. Und die Viecher können... Ja doch, die sind schon ziemlich brutal. Weil sie halt auch überall rankommen. Blenden wir die. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat, ey. Boah, wie viel tötet der den? Dann machen wir mal. Bumm. Ich denke mal, dass einfach jetzt gleich Implosion kommen wird. Ne, doch nicht. Keine Implosion. Hätte ich jetzt gerechnet, muss ich sagen. Wir können nochmal auf den Boden schießen. Achso, ich kann auch eh schießen, dann glaube ich auch beides. Na gut, ich hätte aber auch die angreifen müssen. Naja, die armen Lichs sind eh immer dran. Also brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Also Lichs kann man einfach vergessen. Ist die armen Viecher. Da kommt nichts drum. Mach die platt. Mach sie doch einfach mal platt, habe ich gesagt. Lass mal nachher vorne gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler war, ob ich da nicht lieber hätte im Passiver gehen sollen. Aber E-All. Wir werden die, glaube ich, auch noch blenden. Ne. Kriegt das noch was? Wir können natürlich jetzt den Schild nochmal geben, damit wir einfach weniger Schaden bekommen. Ich glaube, dass das sinnvoll war. Nicht. Hauen wir erstmal alles weg, was wir hinwegkriegen. Das ist schon mal ganz gut. Bumm. Die überleben halt leider mit dem Schlag. Keine Ahnung von dem. Ja. Geht aber eigentlich. Können wir machen. Ja. Das sieht doch ein bisschen besser aus als eben das Ergebnis. Ja. Advanced Air Magic. Wir wollen nämlich auch langfristig noch auf andere coole Dinge hinkommen. Können jetzt wohl nicht mehr teleportieren. Wir haben jetzt keine Bewegungspunkte. Ich hätte mich nicht nach vorne bewegen sollen. Das war ein ziemlich dummer Fehler. Möglicherweise ist aber nichts passiert. Und außerdem habe ich jetzt erst gemerkt, nach zwei Stunden Spielen, wenn man so im Spiel drin ist, merkt man es halt nicht direkt, dass ich gar keinen Spielsound mit aufgenommen habe. Ach. Auch egal. Sind wir ehrlich. Es geht doch nur um die Eskalation im Spiel, oder? Na ja. Auf jeden Fall. Die nächste Runde. Nichts passiert. Der Blaue zieht sich natürlich zurück. Der hat ja keine Chance dagegen. Der Blaue ist ja ein bisschen so vor sich hingelaufen. Das heißt, den können wir eigentlich auch plätten. Ich denke, der kann das einfach nicht besiegen. Weil das ist halt keine Armee, ne? Das können wir eigentlich, glaube ich, auch mit dem, den wir hier unten hocken haben, töten. Von daher wäre das vielleicht die beste Idee, jetzt einfach hier zu kaufen, hochzugehen, damit wir mal so einen kleinen Einsatztrupp hier haben. Damit das Ganze nicht so nervig wird. Wir können auch eigentlich noch mal ein bisschen das ausbauen. Jetzt haben wir ja wirklich, ja gut, Ressourcen nicht unbedingt. Aber wir haben zumindest die Möglichkeiten, hier mal weiterzugehen. Gut, wir haben nicht mal genug Holz. Aber theoretisch zumindest könnten wir das. Wir bräuchten aber eben ein Sheck. Jetzt können wir aber natürlich auch ertraden. Ist ja nicht so das Problem. Gehen wir einfach hier Holz. Das ist jetzt, kriegen wir das ganz gut hin. Von daher, das war nicht genug. Einmal bitte. Wir können hier noch mal das Sheck bauen, auch wenn es nichts mehr bringt. Wir sind jetzt eigentlich eben, also spieltechnisch, wir haben jetzt eigentlich die größten Kämpfe gewonnen. Müssen jetzt nur noch hier weiter pushen. Ich hätte jetzt gerne noch Dimension Door. Das heißt, wir müssten eigentlich noch mal irgendwo die Fünfer-Guilden pumpen. Aber auch da brauchen wir wieder Holz und so weiter. Hätte ich mir das lieber sparen sollen. Aber sonst sind wir jetzt erstmal im Vormarsch und gucken, dass wir jetzt die ganze Sache noch aufräumen. Hier übrigens kommen auch noch zwei Armeen, die ich jetzt einfach mal umhauen werde. Ja, ich habe hier unten jetzt die letzte Marke-Guild gebaut, Stufe 5. Das heißt, wir können jetzt fliegen. Wir haben nicht Dimension Door bekommen zum Teleportieren, aber fliegen und da laufen wir einmal durch und hauen ja alles um. Da können wir auch nicht mehr wirklich gegen was machen. Sieht, die Lichs sind alle, Lichs sind alle tot. Da ist kein Kraut gegen gewachsen. Da können wir nichts gegen machen. Wir haben jetzt schon Meister-Luft-Magie, was ganz cool ist. Denn allerdings hier werde ich jetzt muss ich noch ein bisschen was kaufen, damit die uns dann nicht um den Nerv gehen. Bedroht. Ich dachte aber, ich reife da jetzt erstmal drauf. Ich habe auch vergessen, den Einen nochmal weiter nach oben zu schicken hier. Den wollte ich eigentlich rausnehmen. Wie gesagt, wäre nicht schlecht, den einfach als Ersatz-Armee hier zu haben. Ich kann die Körbe auch da hochlassen. Das ist auch jetzt nicht das Problem. Ich nehme mal den Lichs mit, ja. Und ersetzen die normalen Zombies. Können die eigentlich mal upgraden. Ja, auf jeden Fall, das ist so der Stand der Dinge. Dass wir hier jetzt hinten eigentlich eine gute Basis haben, um das jetzt wirklich komplett zu beenden. Weil wir halt Fliegen jetzt haben. Fliegen ist tatsächlich sehr mächtig. Wie gesagt, der Menschentur ist noch besser. Aber Fliegen hilft uns halt jetzt hier wirklich durchzuhauen. Da oben müsste noch eine Stadt sein. Das heißt, er hat jetzt noch immer mit der Stadt hier wahrscheinlich... Wo wird er die schaffen mit der Armee? Eigentlich nicht. Meinen Augen nicht, aber werden wir jetzt gleich sehen. Ansonsten sind das halt jetzt noch drei Städte. Können wir mal gucken. Nö, er läuft einfach dann vorbei. Die andere Armee zieht sich zurück. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich so gut wie durch. Wir werden jetzt noch kurz den ganzen Müll hier aufräumen müssen. Zum Beispiel ihn hier. Wir gehen aber natürlich erstmal nach da, um uns noch ein paar Einheiten zu holen. Und das ist eigentlich ein paar Runden weiter. Er hat nicht mehr mal hier angegriffen. Er hat auch jetzt sozusagen ausgegeben. Ich habe jetzt die zweite Armee hier rumgeholt, wo wir die Knochendrachen drin haben. Und werden jetzt einfach den erstmal klatschen. Mir egal, was herauskommt. Ist sogar sehr gut gelaufen. Ja, was hier herkommt, ist auch komplett egal. Immer Wisdom. Und jetzt müsste hier oben die letzte Stadt sein. Wir gönnen uns also noch einmal fliegen. Wir werden jetzt nicht mehr wirklich viel Zauber im Kampf. Aber ihr seht es hier, das ist nichts mehr. Das heißt, wir haben jetzt die gesamte Krachte erobert. Sollte eigentlich auch kein Held mehr hier rumlaufen. Weil die jetzt langsam aber sicher zurückgekommen haben. Das heißt, das Dragon Utopia werden wir uns gar nicht jetzt anschauen können. Schade, dass im Süden keins davon ist. Also, dass es nur im Norden ist. Weil ich finde jetzt die Bekämpfung hier, das Bekämpfung hier ist nicht schlimmer als zwischen den Positionen. Ich hätte ja auch gerne noch einen Drachen Utopia gehabt. Vielleicht habe ich auch einen zu übersehen. Kann ich auch sein. Egal, gehen wir mal rein. Und ja, das ist der letzte Kampf. Machen wir noch schnell. Können wir einmal noch zusammen machen. Und dann ist es halt schon. Ihr seht, die Fergarten sterben halt wirklich wie fliegen. Es ist extrem ätzend. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber was soll ich machen? Das ist halt auch nicht in irgendeiner Weise, dass ich da großartig was tun kann. Ich mache hier einfach mal einen schönen Meteoritenschauer. Für die ganze Geschichte etwas Platz zu machen. Ist mir eigentlich egal, was jetzt passiert, um ehrlich zu sein. Die würde ich gerne umbringen, wenn es möglich ist. Aber ansonsten werdet ihr sehen, dass wir hier einfach drüber... Also wir hatten zu viele Kämpfe, die die halt einfach auch immer so kläckchen leckernd verloren haben. Wir haben auch sehr gut halt, obwohl ich natürlich bestimmt tausende Fehler gemacht habe, aber sehr gut natürlich unsere Basis darauf gebaut. Das heißt, wir haben doch recht gut, okay, die Einheiten errungen und haben da auch einen großen Vorteil errungen. Ihr merkt, wie gut das funktioniert, was ich euch in dem einen Video schon mal gezeigt habe, wie sehr das funktioniert, dass ihr einen Vorteil aufbaut. Weil die KI bekämpft sich gegenseitig. Der nächste Step wäre, eins gegen eine x Computerzahl zu kämpfen. Das ist aber schon ziemlich hart. Also das habe ich bisher auch noch nicht geschafft. Selbst mit Castle und Engeln nicht. Auf einer Zufallsmap. Bei der Map weiß ich nicht, ob ich das eins gegen drei geniehe. Ich glaube nicht. Das wäre fast unmöglich. Aber ich sage ja auch, ich bin auch kein Ultra-Pro. Und das war es dann eigentlich. Jetzt können wir noch unseren Namen eingeben. Jo, sagen wir einfach Red. Okay. Ganz viele verschiedene Dinger schon benutzt. Und das wäre die Runde gewesen. Das war Around the Bay. Vier-Spieler-Map von Horn of the Abyss. Wenn ihr mal schreiben, wer die Map gefunden habt. Ich fand es eigentlich ganz nett. Fand sie cool. Ich muss sagen, so ein Zufalls-Map gibt mir da immer noch ein bisschen mehr. Aber an sich fand ich die Idee cool, dass man natürlich so ein bisschen die freien Towns da, die zwei Städte da hat, um Geld zu generieren halt auch. Weil die ausbauen konnte man die jetzt als menschliche Spieler, finde ich jetzt nicht so wirklich. Wahrscheinlich bestimmt welche, die es besser können. Ich könnte mir ja da noch mal ein paar Tipps geben. Aber ansonsten, ja. Ist ein cooles Spiel wie immer. Also mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Die Fraktion finde ich auch sehr gut. Die ist auch gut balanciert. Also es gibt wirklich Einheiten, die schmeiße ich einfach sofort raus, wie diese Amadillos oder die Mechanics. Und ersetzt sie dann natürlich durch die dickeren Einheiten. Vor allem der Quattle ist natürlich die klassische, super schnelle Einheit. Auch als letzten Tier. So gut wie Firebirds oder Phönixis. Weil ich die Phönixis noch ein bisschen besser sehe, weil man die Produktion erhöhen kann nochmal. Aber trotzdem, diese Sandworms finde ich auch sehr cool. Auch schnell können überall hinkommen. Die gefallen mir sehr gut. Und die Bank finde ich halt sehr cool. Weil die Bank kann es am Anfang, egal was du für Goldprobleme hast, irgendwie einen Vorteil erregen, weil die auch nicht viel kostet. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.